Herzlich willkommen bei einer neuen energetischen Reise und heute geht es um deinen Körper, um dein Wohlbefinden. Und wir werden heute mal starten, dass du dich wohl in deiner Haut fühlst. Das heißt, wir werden schauen, dass wir Zufriedenheit herstellen über die energetische Ebene und aus diesem Frieden, aus dieser Zufriedenheit raus eine Veränderung in Bewegung setzen. Und da lade ich dich jetzt gerne ein, einfach mal mitzumachen. Schließ bitte mal deine Augen und atme mal tief ein und wieder aus und tief ein und wieder aus. Und alles, was dich unruhig macht, alles, was dir jetzt Unwohlsein bereitet, werden wir nun mal bearbeiten. Das bedeutet, wenn du das Gefühl hast, irgendwo angespannt zu sein, dann darf sich diese Anspannung jetzt lösen. Stell dir einfach vor, wenn du eine Verspannung hast, zum Beispiel, da kommt die beste Masseurin, der beste Masseur der Welt und arbeitet das durch oder wenn du dich über Essen hast, dann wird dieser Druck abgesaugt oder wenn du irgendwo nochmal Schmerzen empfindest, dann erlaube einfach mal, dass all das jetzt in die Heilung geht. Ziel ist, Zufriedenheit herzustellen und Frieden herzustellen. Und es laufen jetzt genau die Heilfrequenzen in dich ein, die du benötigst, um in diese Zufriedenheit, in diesem Frieden in deine Mitte zu gelangen. Stell dir mal vor, dass sich wirklich deine Muskeln Faser um Faser entspannen, dass dein Kopf ruhiger wird, klarer wird, stressige, anstrengende Gedanken dürfen sich jetzt lösen und dein Bewusstsein darf freier und immer klarer werden. Erlaube dir jetzt, diese Stabilität und diese Heilfrequenzen klar zu erdern, indem du dir vorstellst, dass sich alles, was jetzt energetisch in Gang gebracht wurde, sich nun auch erdet, dass du absolut in deine Mitte kommst. Und bitte nochmal darum, dass jeglicher Druck leidet. Leidensdruck von dir genommen wird. Ich bitte nun darum, dass sich Leidensdruck bei mir löst. Und dass dieser Druck von mir genommen wird. So wie wenn ein Stein von dir gehoben wird, von deinen Schultern genommen wird zum Beispiel. Und du spürst, dass du leichter wirst, dass du entspannter bist. Und erlaube dir jetzt auch, ein Bild zu kreieren, wo sich deine Lungen entspannen, wo du wieder ganz tief Luft bekommst, wo du spürst, und dass sich deine Atemwege öffnen und dass ganz viel frische Luft in dein System einfließen kann. Und durch diese Offenheit entgiftet sich jetzt auch deine Leber. Also Altlasten, Belastungen werden von deiner Leber genommen. Aus deinem Verdauungstrakt, den Nieren, der Milz. Und du spürst, dass du ruhiger, klarer und beständiger bist. Und du spürst, dass du ruhiger, klarer und beständiger bist. Im nächsten Schritt dieser Entspannung wird nun ein großer Schutzschirm um dich aufgebaut, ein schützendes Feld. Du kannst dir das so vorstellen wie eine Sonnencreme, die dich vor der UV-Strahlung schützen soll, sodass dich keine Manipulationsenergie erreicht und dass du klar in deiner Mitte bleiben kannst. Erlaube dir einfach mal, diesen Schutz zu visualisieren. Vielleicht ist es weißes, strahlendes Licht, vielleicht goldenes Licht, vielleicht oranges Licht. Aber dieser Schutz breitet sich mehr und mehr aus. Und erlaube jetzt auch, dass in diesem Schutz absolute Reinigung geschieht. Also das ist ein neutraler Raum um dich, in diesem Schutzfeld. Und das Schutzfeld schützt dich vor Manipulation, Fremdeinflüssen, vor allem, was dich aus deiner Mitte bringen möchte. Und in diesem tiefen Frieden, in dieser tiefen Zufriedenheit erlaube dir jetzt, in dein Zentrum zu gehen, zum Sitz deiner Seele. Und in diesem inneren Licht, in diesem Seelenlicht, bitte nun darum, dass sich energetisch alles löst, was deine Seele körperlich zum Ausdruck bringt. Was dir also Leid verursacht, dass dieser Leidensdruck, der vom Seelischen herkommt und sich im Körperlichen manifestiert, jetzt gelöst wird. Und der soll auf die Art gelöst werden, dass er sich nicht mehr körperlich manifestieren muss. Du bittest da jetzt um Transformation und Klarheit. Und atme jetzt mal tief ein und wieder aus. Und erlaube jetzt, die Heilung deines Seelenlichts wahrnehmen zu können. Spüre mal diesen tiefen Frieden, diese tiefe Liebe. Und spüre jetzt, dass es gut ist. Und von diesem Mittelpunkt, von diesem Zentrum aus, darf sich jetzt dein Körper transformieren und manifestieren. In der heilen Form, in der geheilten Form. Alle Ablagerungen, Abnutzungen, alle Krisenherde in deinem Körper lösen sich jetzt mehr und mehr nach oben hinauf. Und du spürst jetzt, dass dein physischer Körper Energie ist, die sich bewegt. Erlaube dir jetzt, deinen Leib wahrzunehmen als einen Haufen Energie, die stets in Bewegung ist. Und dort, wo nichts fließt, wo noch etwas verstopft ist bei deinem Körper, gibst du nun dein Seelenlicht rein, deine Lebensenergie rein. Und du wirst merken, dass diese Teile in den Fluss kommen, zu fließen beginnen, deine Problemzonen. Das, was du schon immer mal lösen möchtest. Und erlaube dir, dass die Energie jetzt in den Fluss kommt. Sehr gut. Und jetzt spür noch mal die Kraft deiner Seele, die Kraft der Manifestation. Erlaube dir, ganz klar, ganz bewusst zu sein, dass jetzt alle Heilung manifestierbar ist, die du dir wünschst. Und du kannst jetzt um die Heilung bitten, die du möchtest. Mir fällt jetzt zum Beispiel mal Heilung aller inneren Organe ein. Heilung meines Blutkreislaufs, meiner Nervenbahnen. Deiner Gelenke, vielleicht auch des Körpergewichts, was auch immer dir da in den Sinn kommt. Spüre, es ist bereits ins Feld gesetzt und spüre, dass du auf dem Weg zur Heilung bist. Atme jetzt tief ein und wieder aus. Und nochmal tief ein und wieder aus. Und spüre die Heilung und spüre die Bewegung in deinem Körper und auch in deinem Energiefeld. Und zum Abschluss dieser Reise mach dir noch mal bewusst, dass du nicht alleine bist. Auf deinem Weg in die Bewusstheit, auf deinem Weg ins Licht, auf deinem Weg in die Transformation. Und du kannst dich auch an diese Gruppenenergie, an himmlische Helfer anschließen, die dir da nochmal Bestimmtheit geben, die dir den Mut geben, die Klarheit geben, das umsetzen zu können. Wie eine Gruppe guter Freunde, die dich unterstützen. Du bist nicht alleine auf deinem Weg und die geistige Welt ist an deiner Seite. Atme nun mal tief ein und wieder aus. Nochmals tief ein und wieder aus. Und spüre jetzt, wie du voller Leichtigkeit und Freude diesen Weg nach vorne gehst. Deinen Heilungsweg. Lass diese Energie nochmal nachwirken. Und dann streck dich mal durch, bewege deinen Körper. Atme nochmal tief ein und wieder aus. Und komm dann genau in deinem Tempo ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurück. Und fühle dich klar und entspannt. Und wenn du dich wieder gut fühlen kannst, dann öffnest du deine Augen und kommst wieder ganz ins Hier und Jetzt zurück. Wie ist es dir bei der Reise gegangen? Spüre einfach mal nach. Du kannst die Reise natürlich auch wiederholen. Das ist so eine Schutzreise, Reinigungsreise, Manifestationsreise, dass du klar in deine Kraft reinkommst, um manifestieren zu können, um auch deine Selbstheilungskräfte aktivieren zu können. Und ich bin schon gespannt auf deine Erfahrungen. Schreib sie mir gerne in die Kommentare. Und lass mir gerne einen Daumen hoch da. Abonniere meinen Kanal. Und ich freue mich schon aufs nächste Mal wieder. Dein Oliver Erini aus dem wunderschönen Linz. Tschüss, bis bald. Untertitelung des ZDF für funk, 2017